Und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Es tut mir leid wegen dem letzten Fall, das hier so kurz war, aber... Ja, was soll ich machen? Meine Playstation oder das Spiel... Irgendwas von beiden wollte nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich nehme einfach eine Folge auf. Es tut mir leid, ich stecke da leider nicht so ganz drin. So, da ist so ein... Gondas Legio-Bjekt irgendwo. Dieser Stein da auf der Karte unten links. Ich würde gerne mal wieder noch wissen, was das ist. Und dann mal gucken, was wir dann tun. Dann müsste es jetzt eigentlich hier so auf der Höhe sein. Interessant, interessant. Ich weiß nicht, was ich hier tun kann. Ich bin verwirrt. Nein, ich stürze auf. Okay, komm. Ich habe jetzt gerade hier keine Lust mehr rumzusuchen, weil irgendwie alles, was ich machen will, klappt ja irgendwie nicht. Ah, da ist hier so ein roter Kopf. Okay, komm, danach gucke ich jetzt noch nach. War ich da nicht schon mal? Nee. Ich möchte wissen, was dieser rote Kopf da oben ist. Geht das nicht schneller, Fackel? Nee, geht's nicht. Geht's nicht. Das ist eine lahme Ente. Eigentlich müsste er aber jetzt schnell nach oben aufsteigen. Aber irgendwie hat er dazu wohl keine Lust. Jetzt fliegt er schnell. Super. Super. Einfach. Einzigartig. Nehmen wir mal an. Muss ich hier... ...mit diesen Hulk-Marken kommen. Ich gucke mal, ob ich den finde. Und setze ich da raus. Ja gut, dann machen wir halt hier noch heute noch mal so eine kleine Neben-Quest-Aufgabe. Yeah. Kann ich nicht irgendwie kreisdrücken und... Ja. Das war genau das, was ich wollte. Ja, guck, er kann's. Aber er kann ihn auch wieder einziehen. Tut er sich dann etwa weh, wenn ich jetzt hier einfach so... Nö. So. Der hätte gerne meine Hilfe. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte jetzt wirklich erstmal gucken, ob ich irgendwie... ...diesen Roboter anbekomme. Aber dazu müsste ich wissen, wo ich... ...meine Figuren tauschen kann. In der Italie. Okay. Moment mal. Ich hab ja am letzten Mal schon rausgefunden, dass ich gerade... Ich weiß ja nicht mehr, was ich damit machen soll. Reisen nach. Kann ich so sch... Sind das einfach nur... ...Shortcuts oder was? Na dann ist ja interessant. Aber wenn da mal stehen würde, was das überhaupt ist... ...das wäre schon viel interessanter. Hm, naja. Ich hab jetzt echt keine Ahnung, wo ich überhaupt was wechseln kann. Das sieht da noch aus. Ja komm. Das ist was aus. Suchen wir jetzt einfach. Wenn wir nicht danach gucken, dann... ...must mir die ganzen Symbole irgendwie noch einbringen. Vielleicht google ich da mal bei Gelegenheit nach, um das herauszufinden. Ja, doppelte Ladezeiten. Juhu. Stehe ich total drauf. Egal. Heute noch bitte... ...ruft... ...was ruft das Charakterraste auf, indem du direkt gedrückt hättest? Um mit Hilfe von... ...x freigeschalten Charakteren oder Fahrzeuge zu kaufen. Schalte Dreieck gedrückt. Mir passiert nichts. Muss ich das etwa hier? Kartenmenü machen? Nö. Pausemenü. Extras. Schau. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo... Man sieht da oben, dass wir 6,3% haben. Das finde ich interessant, weil... Ich wette, man hat dann irgendwie zum Schluss nicht mal 40% oder so. Und sagt dann, ja, jetzt muss noch alle Level nochmal machen. Aber Leute, nehmt es mir nicht übel. Ey, übel. Ich weiß echt nicht, ob ich das machen werde. Vielleicht auch 100%, weil... Sicher wäre das lustig und so, aber... Was ist denn Iron Man? Ich möchte mal einen anderen Iron Man. Den Iron Man wollte ich aber, glaube ich, nicht. Muss ich warten, dass der da oben ist? Iron Mark 6, Mark 42. Hm. Das ist der Mark 42 anscheinend. Ja, will ich ja gar nicht. Wenn wir mal den Mark 6 war. So ist der auch nicht. Allerdings könnten wir... Mit denen probieren, dahin zu gehen. Bin verwirrt. Ach, die muss ich mir kaufen. Einfach mal so. Herbie? Achso. Herbie. Verstehe. Mandarin? Möchte ich gar nicht. War das nicht Mandarin? Ich gucke mich hier jetzt noch mal kurz um. Tut mir leid, falls das war ich ein bisschen langweilig. Das war mich interessiert, was gerade so ein bisschen... Schwarz-Qual nicht. Rockstone-Wächter nicht. Seventus. Sandman. Eigener. Eigener. Ja. Natürlich. So und nicht anders. Ähm. Die sind gesperrt. Eigener P. Eigener 5. Eigener H. Okay, das Gipfel ist ganz eine eigene Alphabet. Venom. Rockstone-Wächter. Lebertooth. Wir können erstmal noch verkaufen. Jeder andere Mandarin ist gesperrt. Können wir dann Iron Man kaufen? Darauf habe ich jetzt gar nicht gedacht. Gesperrt. Gesperrt. Ne. Wolverine gesperrt. Dann nehme ich jetzt trotzdem mal den Mark 6 mit. Und den Mark 42. Na, den Mark. Den hier nehmen wir mit. Gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Charaktere gekauft. Vielleicht reicht es ja auch mit Iron Man. Mit denen dann dahin zu wandern. Dazu müsste ich die Stelle erstmal wieder finden. Und da da hinten alles dunkel ist. Reisen wir einfach mal in die Richtung. Das ist also auch was Schönes. Einfach nur Reisen. Ja, aber... Aber... fliegen. Bin ich schon hier? Yeah. Was ist das denn für ein Kristall da eigentlich? Iron Man geht mir ein bisschen zu... schnell auf. Oh, hier musste ich hin. Entschuldigung. So, sieht jedenfalls aus, dass ich hin müsste. Fast alle Informationen, die S.H.I.E.L.D. über Thor und seine Leute besitzt, sind streng geheim. Das bisschen, was wir über seine Heimat Asgard wissen, stammt... Wie soll ich sagen? Aus einem Kinderbuch, das Dr. Eric Selvig in New Mexico gefunden hat. Soweit scheint alles zu stimmen. Schaut euch mal den Typen an. Uh, sehr theatralisch mit dem Blitz und so. Er ist der Gott der Stunners. Ist irgendwie sein Ding. Ich habe die Öffnung des Strudels gespürt, da Bruder Loki sie als Pfad nach Asgard benutzt hat. Was zur Hölle sucht er nur? Er sucht immer nur eins. Macht. Und auch Helme mit Hörnern. Auf die steht er sehr. Hä? Ja, jetzt fliegen wir mal nach oben, dass es auch was schön ist. Ich bin Captain America, welcher von denen ist jetzt Captain America? Das würde mich jetzt mal... Warum fliege ich hier einfach nur so? Das ist auch... Was ist das? Oh. Etwas, wo ich nicht hätte gegenfliegen müssen. Da auch nicht. Nein, ich schaffe das doch nie. Oh, jetzt habe ich nur noch ein Herzchen. Da kommt sonst schon wieder Deadpool in den Gegend, oder? Und ich habe da irgendwas eingesammelt. Das ist ja toll. Das machen wir besser nicht nochmal. Das ist meine Meinung. So schwindelig, ich sehe Sterne, aber keine Streifen. So viel Frost und Eis. Loki muss mit den Eisriesen von Jötunheim unter einer Decke stecken. Nur gut, dass ich immer für Hitzesorge, juhu. Oh, du Streichholz. Also die Gespräche sind ja manchmal echt lustig. Das kann ich hier also komplett mit der Fackel alles klein holzen. Oh, komm mal, da kommen Gegner. Das gefällt mir ja nicht so. Also, ich komme mit ihr euch mal kurz drum. Ich versuche hier was zu basteln. Das kann ich gar nicht. Hat der nicht gesagt, das sind Eisriesen? Das sind eher... Naja. Was wollen die jetzt von mir? Da hinten gab es noch ein paar Punkte. Ich sage hier, hier kann ich irgendwas basteln. Warum hat das beim ersten Mal nicht geklappt? Lass mich raten, das muss ich jetzt Tor machen. Hey, kann es mal aufhören, mich zu schlagen hier? Boah, da kann er das machen. Auch nicht. Ich bin Tor. Selbst Tor kann fliegen hier. Ja, okay. Wenn du ein bisschen Energie aufbringen kannst, bringen wir das Ding vielleicht zum Lauf. Mir entschuldigen, dass ich gerade so schweige. Ich bin gerade hier irgendwie selbst ungesehen. Fasziniert von Tors Aktion. Okay, da kommen wir jetzt raus. Und da kommen wieder diese... netten Eistypen. Ich möchte gerne die Facke sein, weil die kämpft hier wesentlich besser. Oder auch nicht. Aber da haben wir auf jeden Fall erstmal wieder drei Herzen. Sind mal wieder voll aufgeladen. Noch ein paar mehr Herzen, das ist auch schön. Dann können wir erstmal hier ganz gemütlich rausgehen. Was zur Hölle. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hoffe, das Spektakel hier spielt sich nur in der Welt in Asgard ab. Dass der Rest dann wieder auf der Erde praktisch stattfindet. Weil die Umgebung... weiß nicht warum, die missfällt mir jetzt gerade so ein bisschen. Ach, Loki. Du hast es geschafft. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und? Gefällt euch die Einrichtung? Nö. Habe ich doch gerade gesagt, dass es mir nicht so gefällt. Was macht ihr da? Na, wenigstens können wir hier schon mal recht akzeptabel Punkte fahren. Können wir jetzt eigentlich die so? Fünffache Punkte. Yeah. Aua. Ich bin die Fackel. Wie kannst du mich einfrieren? Was ist los mit dir, Mann? Super. Natürlich. Du stehst jetzt unter meiner Gewalt. Boxt dich um. Kann ja irgendwie jeder Zweite hier das mit mit hier ähm äh mir fällt es nicht ein die Leute unter ihre eigenen Gewalt bringen. Also entweder ist die Welt jetzt hier nicht gerade lang oder wir hatten ja schon gut zu fahren. Okay, das blieb nicht. Okay. Gehen wir mal zu den Aufwesensichtlichen. Ich nehme an, jetzt muss ich da Alter, da ist darf ich dazu vielleicht nicht fliegen? Aber das klappt schon wieder so gut wie Ja toll, ich glaube, das wäre echt nicht fliegen. Mäh. Ich dachte, ich könnte so cool sein und das im Flug machen, aber nein. Und da taucht Loki auch schon wieder auf. Und na gut. Der Part ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger als der letzte. Wir speichern mal kurz an der Stelle. Ich bedanke mich für eure Zuschauer und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von Lego Marvel Studios wieder mit dabei seid. Bis daher.